Zurück zu Billy. Mir ist ein kleines Missgeschick passiert. Ich habe aus Versehen vergessen, hier auf Aufnahme zu drücken. Vielmehr, ich habe die Aufnahme beendet, weil ich das letzte Mal vergessen hatte, die Aufnahme zu beenden. Ich habe die Quest hier dann beim Neustart die Aufnahme abgebrochen. Wir sollen Billy die Schweinebauchpastete bringen und sollen ihm sagen, dass er darin ersticken soll. Er bedankt sich dann für die Pastete und dass es doch die beste ist und wir bekommen für das Ganze 232 Erfahrungspunkte. Also die Quest heißt Zurück zu Billy. Leider konnte ich jetzt den Questtext nicht komplett vorlesen.